Heute finde ich heraus, wie es sich anfühlt, von einer kompletten Lobby gechased zu werden. Dabei hatte ich am Anfang der Runde immer ein paar Minuten Zeit, mich hochzuluten. Aber sobald die erste Zone geschlossen war, war meine Schonzeit vorbei und die Jagd konnte beginnen. Also Zett, jetzt geht's offiziell los. Wir haben hier aktuell über 40 Leute drin, die mich jetzt downchasen. Die Nosekins dürfen nichts benutzen, außer Healing und Mobility. Autos dürfen sie auch benutzen, um mich zu überfahren. Aber ich darf natürlich alles benutzen, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich mach die einfach alle lang. Wir haben hier natürlich auch wieder Mini drin. Eine kleine Taktik hat er auch schon angeteasert. So, Jungs, ich hab eine ultra gute Idee. Er wird darauf ohne Spaß niemals kommen. Ich denke dann, so alle sind unten und rennen sofort hinweg. Und wir sind aber eigentlich oben und bauen so eine Skyblade. Was kann safe funnier werden? Und wenn Mini schon mal alle Sachen für die Skyblade vorbereitet hat, hab ich schon meine ersten Fights. Ich kann da schon der erste Nosekin. Ja, den ersten haben wir schon, Face Olaf, Junge. Im Anschluss daran haben wir noch Peter Griffin geholt. Let's go. Nachdem ich den Tresor dann fertig gelootet habe, bin ich dann direkt weiter zur Tankstelle rotiert, wo ich dann auch schon meine erste Taktik hatte. Oh mein Gott, da kommen schon die ersten Leute. Wir werden uns jetzt hier einfach, ähm, undercover gehen. Oh! Oh! Digga, was war das denn? Nachdem diese Taktik schon mal komplett nach hinten losgegangen ist und ich direkt vor mir noch ein paar Gegner hatte, hab ich erstmal diese noch gefeitet. Okay, da ist direkt einer. Da ist direkt einer. Oh, Digga, der kommt nicht weg. Den hole ich mir. Ja, mein Tank ist gleich leer. Nein, den holen wir uns. Er läuft, er läuft, er läuft, er läuft. Nachdem ich den Kollegen die ganze Zeit verfolgt, den holen wir uns ein. Hintergehört mir. Ich bin irgendwann leider verloren habe. Ey, hier ist noch einer. So, let's go. Haben wir ihn doch. Haben wir auf einmal einen Pandauskin angefangen, mich zu griefen. Ey, lass es, Bruder. Wir hätten eine Pampe in der Hand. Okay, den füllen wir kurz. Mein Gott, Digga, was sind hier für Leute? Nein. Hä? What the hell? Digga, wer bist du denn? Hallo? Ach, das ist dieser Hund. Das war der Griefer. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Okay, nein, der Griefer, Junge. Wir wissen, wir sind Gage und Chat. Alarm. Mac, erst mal hier. Aber leider kam ich nicht weg, denn so viele Leute haben sich Autos geschnappt und sind mir hinterher gefahren. Oh nein. Oh nein, ich muss hoch. Was ist das denn hier? Ich werde hier impuls. Und wenn ich weiter dafür gekämpft habe, nicht überfahren zu werden, ist Mini mit ungefähr 10 Leuten zu einem Berg rotiert und hat da gestartet mit seiner Skybase. Warte, wir machen es so und bauen hier, damit wir das Jumphead noch füllen können. Ohne es blieben, ohne es blieben. Jungs, bitte ohne es blieben. Wir können hier einfach sehr super und ich glaube, der ist immer noch so lavish oder sowas in die Richtung. Der wird niemals drauf kommen, dass wir eine Skybase bauen. Und wenn Mini mit seinem Mates schon weiter die Skybase gebaut habe, war ich noch komplett im Sturm mit den ganzen Autos beschäftigt. Nein, 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 nein. Ich muss in die Zone, sonst sterbe ich. Ich muss in ein Auto einsteigen. Oh, nehme ich mal mit, Bruder. Der hat auch keinen Noneskin an, der Typ. Nein, 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 Boys. Digga, was ist das? Wieso habe ich Autos erlaubt? Wieso? Oh nein, das war ein dicker Fehler, Jet. Nachdem ich von diesen Autos so krass überrollt wurde, habe ich meine Impulse jetzt kürzlich um auf den nächsten Berg zu kommen, um dann anzufangen, alle Autos zu zerstören. Digga, ich mache jetzt die Autos kaputt hier. Ja, sie war fassig, Dave. Ja, aber die ganze Autosituation wurde leider nicht besser. Nein, 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 nein. Hallo, oh mein Gott. Ja, Jungs, komm doch. Okay, muss ich die Leute jetzt hier holen. Ich muss die Leute jetzt hier holen. Dich brauche ich. Let's go. Let's go. Hatten Mad Kids. Hatten Mad Kids. Es sind halt immer noch über 30 Leute, ne, Jet? Okay, wir müssen jetzt mal die ganze Autos hier kaputt machen. Let's go. Also, ihr seid die Nervigsten, ne? Dass du ausgestiegen bist, war ein Fehler. Jetzt kommst du her. Jetzt kommst du her. So, mein Bester. Was haben wir drin, Junge? Jetzt knallt's, Junge. Jetzt klatscht aber kein Beifall, Bruder. Oh, komm mal her. Wer bist du, Nerviger, hä? Wer bist du? Ja. Zeig's mir. Zeig's mir doch. 28 Fight. Oh. Und loslassen. Und wenn ich immer noch krass damit beschäftigt war, die Leute zu fighten, hat der Mini auch werben bei seinen ersten Probleme. Okay. Bleib bitte mit dem Auto unten, Jungs, bitte. Wir grüchen uns ja nur selber. Das bringt nichts. Okay, warte, wir machen hier, weil er will nicht hören. Wir müssen jetzt hier so einen Weg für Autos machen. Okay, Jungs, wir bauen jetzt schon mal in die nächste Zone. Aber während Mini die nächste Zone gebaut hat, wurden sie auch leider gespleeved. Nein. Wo Mini sich trotz einer Beere leider nicht mehr saven konnte. Hä? Warum sterbe ich mit der Beere? Und während Mini gestorben ist, habe ich währendbei eine ähnliche Taktik versucht, die am Ende leider den gleichen Ausgang hatte. Okay, Zett. Ich habe jetzt noch einen Plan. Ein bisschen hoch, ein bisschen hoch, Zett. This is the way to go. Ich sage es euch, Zett. Mann, die Leute können ja nur Pickaxe benutzen. Und wenn die nur Pickaxe benutzen dürfen, kann ich von... Oh mein Gott. Nein. Was ist das, Zett? Zweite Runde geht es los. Die erste Runde wurde gegrieft. Deswegen machen wir jetzt noch natürlich die zweite. Dann haben wir jetzt gesagt, wir machen keine Skywaves, aber wir bauen sie trotzdem. Wir machen alles genauso wie gerade. Okay, diesmal kommt... Da ist wieder einer. Einer, der will es immer wissen, ne? Ja, wenn der mich jetzt grieft, bin ich sauer. Jungs, du grieft mich jetzt nicht, du hund. Geht lieber weg, Junge. Besser ist. Ich darf auf gar keinen Fall am Bot sterben. Das wäre jetzt komplett der größte Scheiß. Ich bin dann aber nicht am Bot gestorben, sondern ich habe mich erstmal richtig schön selbst gegrieft. Hä? Digga, was habe ich denn wieder kassiert? Habe ich mich selbst genadet? Ich habe mich selbst genadet. Ich Idiotensohn. Digga, wie kann man denn so struggling, den Bot zu holen? Oh nein. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Digga, ich habe so Angst, dass ich am Bot sterbe. Gott, ich habe mehr Angst vor Bots als vor meiner Community, sage ich, Zett. Und während ich kurz weggegangen bin, um bessere Loot und Healing zu suchen, wurde mir der Bot einfach abgestaubt. Digga, fightet er gerade? Das sind Nosekins. Increase Bohr. Jetzt ist meine Pump weg. Nein. Aber er hat das Medaillon drin. Ich weiß, ich weiß, wo er ist. Er läuft hier. Er ist hier hinter. Komm her. Digga, was machst du? Okay. Digga, wie das Redox die ganze Zeit im Kreis gelaufen ist. Und wenn bei Herz Mini hingeregt, sich fast von den anderen Nosekins töten zu lassen. Schau mal schön, deine Sniper. Ah, nee, warte mal. Der hat ne, der hatte Waffe. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Jungs, bitte. Jungs, der war ein Skin. Den dürfen wir doch töten. Der war ein Skin. Nach diesem kleinen Missverständnis hat Mini aber alle Leute wieder mobilisiert und sie sind gemeint im Losergang, um eine Skybis zu bauen. Jungs, da will ich sagen, auf zum Vorkassower, oder? Und während Mini sich mit der kompletten Truppe auf den Weg gemacht hat, habe ich versucht, den Zug einzuholen. Wir müssen auf den Zug. Wir müssen auf den Zug. Ich hoffe, wir sind scheinbar als der Zug. Komm schon. Da ist einer drauf. Die müssen wir holen. Ah, nein, der überlebt. Also ich mache ich die ganze Zeit kaputt und schieße auf euch oder so. Lasst jetzt mal, Jungs, unter Fencing ans Wasser. Also ganz nach außen von der Map. Und wenn Mini mit der kompletten Truppe losrotiert ist, wurde ich schon wieder gegrieft. Digga, nein. Wer ist er? Der hat ein Sniper. Okay, der grieft. Der grieft. Aber kurz den Typen mit dem Skin töten. Ja, tötet den, Mann. Fahrt mal rein in den. Sehr gut, Jungs. Rein da. Ja, anonym. Dad. Du bist so kacke. Okay, lauf back, Jungs. Lauf back, lauf back. Lauf back. Und ich habe seine Metz. Danke für die Hilfe, Bruder. 29 Leute noch am Leben. Ich bin mal gespannt, was Mini gerade macht. Ich glaube, Mini macht gerade wieder richtige und wilde Politik hier. Okay, wartet, Jungs. Wir bauen jetzt hoch. Bleibt mal bitte noch weg. Bleibt mal bitte noch weg, Jungs. Bleibt mal bitte ein bisschen hinter uns. Wir brauchen jemanden, der auf der anderen Seite baut, okay? Ich baue hier und der andere auf der linken Seite. Jungs, wir machen rechte Seite Autos, linke Seite Menschen. Passt auf Max halt auf. Passt auf Max halt. Einer muss die rechte Seite weiter bauen, Jungs, bitte. Weil ich habe nicht so viele Metz. Ey, ich habe das Gefühl, der andere fällt gleich runter, Jungs. So, meine lieben Freunde. Und jetzt bauen wir. Wir haben jetzt hier unseren Cage. Er sieht doch überhaupt gar nicht gut aus für uns. Wir haben nur 100 Holz, 18 Stein und 293 Metall. Da freuen wir noch ein bisschen was. Was mit dann passiert, ist es einfach schon wieder unfassbar. Hier ist einer. Hä? Bruder. Ich küsse dein Herz, aber... Hä? Nein, nein, nein. Lauf weg, Bruder. Nein. So will ich nicht gewinnen. So will ich nicht gewinnen. Lauf weiter. Nein, nein, nein. Ich töte dich nicht, Bruder. Auf gar keinen Fall. Die brauchen dich, die Nosekin. Lauf weg. Nein. Spring nicht. Spring nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Bitte nicht. Nein. Ja, du hast überlebt. Wer bist du jetzt? Jungs, ihr solltet nicht mir helfen. Nein. Was machen die denn? Nein. 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 Digga, Finn. Du bist ja komplett verloren. Und wer ist er schon wieder? Der will mich überfahren. Okay. Bei ihm rappelt's jetzt. Komm. Wer ist mit 1 km überfahren jetzt, oder was? Höh? Eine Eisinsel? Ah, haha. Ja. Okay, im Cap-Match-Set. Damit können wir arbeiten jetzt. Oh mein Gott, wir sind zwei Leute mit Medaillons. Okay, wer ist... Okay, Jungs. Du sollst, als würde ich sie nicht sehen. Jetzt bin ich über den. Oh, der Zerpatz. Ihn haben wir. Hier war noch einer. Da. Hä? Ah, ich dachte, er ist gestorben. Und wenn ich versucht habe, alle Leute zu holen, hat Mini was ganz anderes vorgehabt. Komm mal alle her. Wir machen jetzt hier mal kurz ein bisschen Mini-Sagt, okay? Mini sagt, spring. Mini sagt, ducken. Spring. Na, du bist raus, du bist raus. Okay, alle, die raus sind, stellen sich hier in die Box rein, okay? Und wenn Mini weiter Mini-Sagt gemacht hat, ist dabei ein kleines Missgeschick passiert. Mini sagt, spring. Mini sagt, dreht euch wieder um. Nein! Nein! Hat er... Nein! Er hat Auto-Klärtern gehabt und ist runtergefallen. Und wenn Mini jetzt im Nachhinein erstmal alle Leute nochmal durchgezählt hat... 15. Mit mir 16. Das heißt, es sind 5 andere Leute und John C, okay? Und wenn ich einen von den 5 Personen gefightet habe, habe ich aus dem Augenwinkel was sehr Suspektes gesehen. Nein, 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 hier geblieben. Digga, was macht er? Ich habe keinen AIM. Hä? Nein. Ich weiß nicht, wieso, Chad. Aber ich habe das Gefühl, ich weiß, wo die letzten Leute sind. Okay, wir lassen. Digga, was machst du denn da? Oh nein. Oh nein. Komm, weiter runter. Spring von der Insel runter. Spring von der Insel runter. Bye, have a great time. Ahhhh. Oh. Hätte gar nicht, hat da gerade jemand ein Mästel auf mich geworfen. Warte mal. Wie kann das? Alter, was planen die da oben? Oh mein Gott. Nein. Ah, Polki. Polki, Polki, Polki. Warte mal, wir machen wir jetzt hier folgende Politik. Müssen wir kurz gucken, was da oben abgeht. Nein. Johnsy kommt hoch, Jungs. Digga, kommt ein Auto. Nein. Johnsy will gerade hochkommen, Jungs. Und wir gehen nur einfach runter. Nein. Bitte nicht sterben. Oh mein. Digga, ich wäre fast da umgegangen. Irgendjemand hat mich gesplieft. Irgendjemand hat mich gesplieft. Ihr Hunde. Wer mich spieft, der wird gesplieft. Digga, die fahren jetzt da mit Autos runter. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Was ist das für eine Politik? Oh mein Gott, Digga. 9 HP. Ich bin mal gespannt, was mir die da plant. Jungs, geht Richtung Snooty, weil die Zone geht da wieder hin. Und wir verstecken uns alle gleich in dem Main-Gebäude von Snooty, okay? Oh nein. Das ist ein Screeper, Screeper. Der ist tot, oder? Euer bin tippen. Und wenn ich gerade die ganzen Leute gefeiert habe, habe ich für einen kurzen Moment viele Nosekins gesehen, wie sie in einem Haus verschwunden sind. Also. Johnsy ist tot, Johnsy ist tot. Hier alle durchs Tor, alle durchs Tor. Der Letzte macht zu, der Letzte macht zu. Ich habe gerade 30 Nosekins gesehen. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was mir die da wieder auszeigt. Wir gehen jetzt alle hier unten in den Tresor rein und verstecken uns dort. Ich habe so Angst, dass ich gerade einfach eine Tür aufmache und 30 Nosekins drinstehe. Alter. Digger. Das sind so viele Nosekins hier unten. Die nächste Zone. Kommt mit, kommt mit. Hier drin ist eine Krone. Ist das Johnsy hier? Digga, was geht hier ab? Ich habe bloß das Subs. Ich finde aber keinen. Das ist Johnsy! Er will von der anderen Seite kommen. Alle runter, alle runter, alle runter. Er will uns replacen, glaube ich, uns. Oh mein Gott. Was? Nein, wie viele? Wie viele? Was geht hier ab? Baut hier, baut hier, baut hier. Komm, komm, komm. Nein, nein, nein. Das ist bodenlos, Boys. Alle runter, alle runter, alle runter. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf in die Zone, lauf in die Zone. Hier unten durch rein. Ich brauche den Typen, ich brauche die Metz von ihm. Nein. Jetzt kommt mal her, Jungs. Wir gehen alle Taten nur. So, haben wir den Taten? So, Jungs. Und jetzt wird es spannend. Lauf, 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 lauf. Komm, ich brauche Jungs. Bruder, wer ist er? Ich move vor, ich move vor, ich move vor, ich muss jetzt los. 18 Leute immer noch am Leben. Ich brauche den Kill. Let's go. Oh mein Gott, der drücker Medallion. Ja. Ich muss die Autos kaputt machen, die wollen mich überfahren. Okay, wir haben wieder Metz, wir haben wieder Metz. Let's go. Okay, wir müssen meine Papp nachladen. Das dauert eine Dreiviertelstunde. Hallo. Alter, ist das dumm. Wir müssen weiter, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Jungs, wir müssen jetzt zur Zone. Wir machen die Endgame-Taps, Jungs, die kann uns gar nichts. Ich habe es auf gar keinen Fall zu meinem Heel aufkommen lassen. Du musst die Leute echt töten. Das gibt es jetzt nicht. Die Taps machen aber einfach alle nur. Es wird spannend, weil Jungs will jetzt. Der wird jetzt sauer, glaube ich. Oh mein Gott. Er ist er, er. Nein, ich komme nicht an die Leute ran. Die bauen einfach alle. Lauft alle Zone, lauft Zone. Spielt euer Ding. Was geht hier ab? Nein. Nein, 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 nein. Ich muss in Sonnen. Oh mein. Okay, das sieht gar nicht gut aus für mich, Zett. Hä, ist Jungs, die Tod? Nee, ist er nicht, ist er nicht. Der ist da oben. Oh mein Gott, ich muss jetzt alles mal nachladen hier. Ich denke, wie viele noch. Ich habe keine Metz mehr, das ist das Problem. Oh mein Gott, die Papp lädt unendlich lang nach. Ich muss hoch. Oh, der hochzukommen ist halt eklig. Komm her. Let's go, wir haben wieder einen. Mally, schade. Komm her, Jungs, komm her. Ah, kommt doch nicht. Nein. Let's go, noch einen. Oh, der Medallion. Hau her. Okay, wir haben hier aber ein paar No-Skins, doch. Oh nein, komm jetzt her. Mr. Pfeil. Oh mein Gott, müssen wir nachladen. Die sind ja so nervig, diese Papp. Nein. Huh. Geh mit dem Grab auf, halt ganz auf, halt. Ihr müsst, einer muss dann hier laufen. Digga, immer noch über 10 Leute. Digga, also wie kacke. Bin ich denn, Junge? Das ist krass. Nein. Oh Gott, Digga. Droppt gleich alle euer Heal. Erst wenn die Zone klein ist. Warte mal, ist noch ganz oben auf der Skyway, ist jemand? Ihn haben wir. Digga, immer diese Schneemänner in mir, die mich dann in die Zone kriegen. Nein, nein, nein. Top 8, Top 8, Top 8. Lebt Mini noch. Droppt jetzt euer Heal gleich, damit er dann da hinlaufen kann. Nein, ich hab... Oh, ich hab abgebrochen. Ihr seid die Letzten auf High Ground, ne? Oh mein Gott, Digga, wer bist du denn? Was geht da oben ab? Top 6. Ihr seid gesclieft, ihr seid gesclieft, ihr seid gesclieft, geht hinter. Oder rettet euch. Alles hier isclieven, Jungs, alles was isclieven. Ich gewinne es, ich gewinne es, ich gewinne es, ich gewinne es. Der eine hat alle geclieft. Nein. Die können mich nicht outillen. Ich hab noch ein Mad-Kid. Die outillen mich nicht, die outillen mich nicht. Okay, einer macht T-Low bis hin. Oh Mann. Boxplay, Tobi, du gewinnst das, glaube ich. Let's go, ich gewinne es. Komm, noch ein Mad-Kid. Jungs, ihr habt noch ein Mad-Kid. Ah, Boxplay, Tobi, das ist blöd. Let's go. Let's go, Tobi. No way. Nein. Oh, mein Gott, Digga. Let's go. So, Jungs, das war's mit dem Video. Wenn euch diese Art von Video gefallen hat, sehr gerne ein Abo auf diesen Kanal. Benutzt es noch sehr gerne für Eldog und Jonsi, um mich zu unterstützen. Hier sind auch alle Ehren-Supporter eingeblendet. Check jetzt sehr gerne noch die anderen beiden Videos ab. Und ich bin jetzt raus. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.